In diesem Training zeigen wir Ihnen, wie Sie mit CorelDRAW und CorelDRAW.app ohne umständlichen Datenexport oder E-Mail-Chaos mit allen Projektbeteiligten zusammenarbeiten. Fügen Sie unkompliziert Anmerkungen und Kommentare hinzu und holen Freigaben per Mausklick ein. Bitte beachten Sie, dass für diese Funktionalität ein CorelDRAW-Abonnement, eine CorelDRAW Enterprise Lizenz oder eine Kauflizenz mit Wartungsvertrag benötigt wird. Für alle anderen Projektbeteiligten genügt ein geregnet Internetzugang. CorelDRAW.app ist zum Kommentieren und Freigeben kostenfrei. Doch starten wir nun in die Praxis durch. Hier ist ein erstes Layout bereit, um es dem Kunden, dem Chef oder anderen Personen zu zeigen. In CorelDRAW 2020 laden Sie über das Fenstermenü und Andockfenster das Kommentare-Fenster. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen an. Im oberen Fensterbereich stehen die Werkzeuge zum Kommentieren bereit. Mit dem Hilfsmittel Anmerkungen klicken wir in unsere Grafik. Den passenden Kommentar tippen Sie im Andockfenster Kommentare direkt ein. Mit dem Pfeil weisen Sie sehr eindeutig im Layout auf einzelne Stellen hin. Die Optik des Pfeils verändern Sie nach Wunsch in Farbe und Form und ziehen ihn dann einfach an den gewünschten Ort. Zusätzlich können wir jetzt hier noch mit dem Stift visualisieren, um welche Fläche es geht. Speichern Sie nun Ihr Dokument noch einmal lokal ab. Über den Button Speichern und Teilen laden wir nun eine Kopie unseres Layouts in die Corel Cloud. Wählen Sie im folgenden Fenster nochmals Speichern und Teilen an. Das Hochladen kann je nach Dateigröße und Internetverbindung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ist der Upload erledigt, öffnet sich direkt Ihr Internetbrowser mit CorelDRAW.app und dem Freigabefenster. Der Link wird per Klick auf Kopieren in die Zwischenablage kopiert. Sie können diesen dann per Mail oder Messenger an beliebig viele Personen versenden. Die Rechte für diesen Link vergeben Sie im Menü darunter. Standardmäßig darf die Datei nur betrachtet werden. Sie können aber auch jeden Empfänger des Links zum Kommentieren auffordern. Zusätzlich besteht über die private Freigabe die Möglichkeit, einzelne Personen mit separater Mail und Rechten einzuladen. Beispielsweise darf der Chef als Genehmiger das gesamte Projekt freigeben, die Marketingassistentin aber nur prüfen, also kommentieren. So wie Sie das Fenster über das X schließen, werden die Mails versendet. Wichtig! Über den Geteilt-Button in der Web-App kann dieses Fenster jederzeit geladen und die Rechte in Echtzeit geändert werden, bis hin zum kompletten Sperren. Warten Sie einen Augenblick, bis CorelDRAW.app Ihr Dokument aktualisiert hat. Sie erkennen dies daran, wenn sich das Synchronisierungse-Icon nicht mehr bewegt. In CorelDRAW.app sehen Sie nun in Echtzeit, wer Ihr Design kommentiert und was für Anregungen kommen. Alle Aktivitäten werden zudem per E-Mail mitgeteilt, damit niemand im Freigabeprozess etwas versäumt. Ist die Kommentarphase abgeschlossen, wechseln Sie zurück in CorelDRAW. Schließen Sie die noch geöffnete Datei, gehen Sie auf das Dateimenü und wählen Aus Corel Cloud öffnen. Damit laden Sie die Kopie mit den Korrekturkommentaren zurück auf Ihren Desktop und können sämtliche Korrekturen ausführen und dann im Andock-Fenster Kommentare auch abhaken. Stören Sie die Anmerkungen beim Arbeiten, blenden Sie diese über das Zahnrad-Symbol im Andock-Fenster-Kommentare jederzeit aus und wieder ein. Möchten Sie die Datei erneut in die Runde bringen, gehen Sie wieder auf Speichern und Teilen. Überschreiben Sie die aktuelle Datei, hat das einen großen Vorteil? CorelDRAW.app erkennt dies umgehend und teilt allen am Projekt Beteiligten mit, dass eine neue Version vorliegt. Sie sehen, CorelDRAW im Zusammenspiel mit CorelDRAW.app sind ein perfektes Team für die Zusammenarbeit, schnellere Freigabeprozesse ohne Datenexport und hat damit jede Menge Zeitsparpotenzial. Legen Sie einfach los! Zu CorelDRAW.app und der Kommentarfunktion haben wir weitere Tutorials zusammengestellt, die nochmal mehr in die Details gehen. Viel Freude beim Teamwork! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!